So, also dann! Ja, wir wurden nominiert. Vielen Dank dafür erst mal. Wir haben einige 24 Stunden nicht ganz geschafft. Aber dafür nehmen wir jetzt die Ice Market Challenge. Proven natürlich die Norden. Jeder von uns wird was spenden. Universal spendet für jeden Eimer, der mit dem Stadion gebracht wurde. Oh, das ist echt zu mehr wie ein Aussieg. Okay, ich werde das jetzt vielleicht nicht nominieren können. Von daher nominieren wir unseren Geheirten-Logermeister Peter Feldmann. Wir waren hier, unsere Freunde von den Freireiters. Und wir nominieren und viel, viel Glück für die Krise. Unsere Freunde von der Eintracht Frankfurt Fußballmannschaft. So, ich will sagen, wir werden alle in der Reihe stehen. Wunderschöne Trebe! 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 WOH! 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 Marty! Marty! Ich hoffe, dass jemand aufgenommen hat. Ich hoffe, dass jemand aufgenommen hat. Ich hoffe, dass jemand aufgenommen hat.